Mein Name ist Günter Thal. Ich habe 25 Jahre im internationalen Vertrieb gearbeitet, bevor ich dann bei der Firma Falk Immobilien als Büropartner eingestiegen bin. Als Zielgruppe stelle ich mir vor jemanden, der muss Spaß haben am Telefonieren, sollte Spaß haben an der Vertriebstätigkeit. Den Umgang mit Menschen, Menschen ganz verschiedener Herkunft, sollte Einsatzbereitschaft haben, auch über den sogenannten normalen 40-Stunden-Job, weil die Tätigkeit des Maklers geht auch oft am Samstag weiter. Von der Altersstruktur her würde ich sagen, dass es ab 25 bis nach oben hin keine Grenzen für jedermann geeignet ist. Wenn Sie darüber nachdenken, in die Immobilienbranche zu wechseln, laden wir Sie herzlich ein, uns telefonisch zu kontaktieren oder in einer unserer Büros in Deutschland vorbeizuschauen.